Servus, mein Name ist Rojak. Wir sind auf dem Testserver und hier ist ab heute ein neues Event gestartet. Zu dem kommen wir aber gleich. Als erstes, wenn es zu uns kommt, ich schätze mal das wird nächste Woche passieren, gibt es einmal Solise gratis. Ist auf jeden Fall sehr nice. Ich bin schon relativ scharf auf sie. Wie man diese Punkte genau generiert, kann ich euch leider noch nicht sagen. Ah ne doch, das war das mit dem Labyrinth. Genau. Oder halt direkt beim Händler. Über diese Pakete hier. So, dann kommen wir mal dazu, was ihr euch so aussuchen könnt. Farkus, Gwyneth, Saphir, Tidus, Tasi, Lausanne. Ich glaube Kentor heißt der. Nara, Wukong, die Zwillinge, Mihira. Ein paar blaue Karten und Gold natürlich. Wie sonst auch immer. So, das war es eigentlich schon wieder von mir. Hier gibt es noch einen neuen Rahmen. Aber ich glaube, das ist relativ uninteressant. Der Rahmen für einige. So, na gut, dann war es das schon wieder. Wir hören uns, sobald es wieder was neues gibt. So, na gut. Was ist das?